Musik Ja hallo YouTube-Land, in diesem Film schauen wir uns heute die Geschichte um die Familie Mende und die Firma Mende oder Nordmende genauer an. Ja Nordmende, was war das? Viele von euch kennen es bestimmt noch, Nordmende war ein Elektronikhersteller, der in Bremen alles herstellte von Radios über Fernseher. Alles kam aus Bremen und wurde dort liebevoll und in höchster technischer Perfektion zusammengebaut und zusammengeschraubt. Ja und in diesem Film gucken wir uns nicht nur die Geschichte um die Herren Mende an, sondern auch die Geschichte um die Produkte und gucken was ist aus Nordmende geworden. Denn der Name existiert heute noch, aber dazu später mehr. An dieser Stelle erstmal mein kleiner Werbeblog. Wenn euch meine Filme gefallen, abonniert doch bitte meinen Kanal, Daumen hoch und auf Ad Collection, bei Instagram gibt's mich auch. Zurück zu Mende. In jedes Haus gehört ein Mende. Das war der Slogan der Firma, die am 1. November 1923 von Otto Hermann Mende in Dresden mit einem Partner gegründet wurde. Tja, in den 30er Jahren entwickelte sich Mende zum größten deutschen Rundfunkgerätefabrikanten überhaupt. Und in diesem Film, den ich auf YouTube gefunden habe, sieht man, wie damals die Radios entwickelt und gebaut wurden. Finde ich eigentlich ganz witzig. Bereits 1925 war der Neffe von Otto, der Martin Mende, in die Firma eingetreten. Mende produzierte Rundfunkgeräte, Transmitter, Fernschreiber, Fernsprecher und Verstärker. Und 1938 war die Jahresproduktion bereits auf 250.000 Geräte gestiegen. Eine Belegschaft von 3.000 Arbeiter schraubte und bastelte die Geräte zusammen. Ja, und während der Kriegsjahre machte natürlich Mende auch Rüstungsgüter. Das mussten ja alle machen, hier aber noch eine Auswahl der Radiogeräte. 1940 stirbt Otto Mende und im Krieg wird die Firma zum Großteil zerstört. Sein Neffe Martin Mende geht nach Bremen und gründet dort Nordmende. Den Namen Mende darf er nicht behalten, da hat die DDR was dagegen. Mit großem Erfolg werden bereits ab 1947 in Bremen-Hämmelingen Radiogeräte hergestellt. In den ehemaligen Hallen der Focke-Wulf schrauben 1950 bereits 700 Mitarbeiter Radiogeräte zusammen. Bereits 1953 kann man für 1098 D-Mark den ersten Fernseher von Nordmende kaufen, den Panorama. Die Tischgeräte Konsul und Kapitän folgen und für 1500 D-Mark kann man den Commodore erwerben. Ein Kombigerät, Fernsehen und Radio in einem. Na, wenn das nichts ist. Die Bilderöhre war seinerzeit top. Und da waren nicht nur die kleinen Kinder begeistert. Da konnte man diesen gruseligen Clown ziemlich deutlich sehen. Ordentlich gebaut wurde bei der Firma Nordmende, denn die 50er waren eine gute Zeit. 3000 Mitarbeiter hatte Martin Mende damals schon und Hemmeligen wurde ordentlich erweitert. Andere Standorte kamen später dazu. Wie auch bei der Firma Grundig waren die Konzertschränke in den 50er Jahren auch für Nordmende ein großer Verkaufsschlager. Ob Isabella oder Traviata, Riesenkisten wollten die Deutschen in ihren Wohnzimmern stehen haben. Das alles für 700 bis 900 D-Mark. Aber es ging auch viel kleiner, wie die Mambo. 1958 war sie das erste Transistorradio für die Firma Nordmende. Weitere folgten, wie zum Beispiel diese hier. Die Transistor. Ein absolutes Sammlerstück. Und in diesem Video kann man sich das mal anschauen. Wirklich gut in Schuss. 238 D-Mark musste man seinerzeit, also 1960, auf den Tisch legen, um dieses kleine Radio zu erwerben. Neue Transistoren sorgten für den Sound. Und über den Drehkondensator konnte man bei dem 2-Kilo-schweren Gerät Ultra-Kurzwelle, Mittelwelle und Kurzwelle prima einstellen. Ja, auch nach 60 Jahren bietet dieses Radio einen guten Empfang. Das ist wirkliche Qualität. Jetzt gucken wir noch mal kurz hinten rein für alle Technik-Fans. Das sind die Drähte und die Verbindungen, die man braucht. Und wie wurde das Ding betrieben? Klar, das war die Antenne, die war innerhalb dieses Holzkästchens verbaut. Und über Batterien konnte man das kleine Transistor-Gerät überall hin mitnehmen. Und ob am Strand oder unterwegs auch im Auto. Mit 4,5 Volt zweimal mit der Blockzelle wurde das betrieben. Bei Nordmende war man wirklich innovativ, gerade was die Fernseher anging. Und das hier, die Schlüsseltaste, hinderte die Jugend daran, ohne Erlaubnis heimlich fernzusehen. Ja, und 1961 brachte Nordmende die erste kabellose Ultraschallfernbedienung auf den Markt. Und 1967 wagte man den Schritt zur Farbe. Die Farbfernseher hatten so interessante Features wie das Elektronenauge, die Kanalanzeige, einen elektronischen Gleitregler für Klang. Und ja, mit dem Color 9000 machte man nichts verkehrt. Und mit dem 9001S noch viel weniger. Der kam verpackt wie eine Schrankwand. Und wenn man gucken wollte, konnte man natürlich vorne die Front auseinanderklappen. Er hatte die sogenannten Strato-Tasten. Mit denen konnte man die Kanäle wählen. Und auch die beschriebenen elektronischen Gleitregler. Das Bild war kräftig. Und der Preis auch. 2500 bis 3000 Mark kostete so ein Gerät. Hier sehen wir die Gleit-Tasten oder die Strato-Tasten vielmehr. In Bedienung. Ja, wunderbares Teil. Mit dem kleinen Drehregler, der roter Regler für den Klang. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, der Spektra 9001S. Aber nicht nur groß konnte, Nordmende, Nordmende konnte auch klein. Und wie es in den 70ern üblich war, vor allem bunt. Und nicht nur bunt, sondern auch groß. Und leicht übertrieben. Das hier ist der Spektra Color Studio in der ersten Generation. So genannt auch Elefant, weil er ziemlich groß war. Die 67 cm Panorama-Rechteck-Bildröhre und drei 17 cm Schwarz-Weiß-Monitore brachten dem Profi absolute Vorteile im Schauen von vier Kanälen gleichzeitig. Man könnte auch vier Kanäle gleichzeitig hören, indem man dann Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen hat. Ein Wahnsinnsgerät, wie gesagt, in der ersten Generation, in den späten 60ern und 70er Jahren gebaut. Dann als zweite Generation später sogar bis 1978 gebaut. Das ist eben an diesem Ausschnitt. 5.000 DM kostete der Nordmende. Tja, die letzte Generation konnte man über Quelle dann kaufen für 5.000 DM. Der Spektra SK2 verfügte dann am Ende über 3 x 20 cm Schwarz-Weiß-Monitore und konnte mit der Telecontrol 160 gesteuert werden. Ja und wer ist das? Das ist Raymond Lorry, ein Industriedesigner aus den USA. Und irgendwie hatte Mende es wohl geschafft, Ende der 60er und der 70er Jahre ihn dazu zu gewinnen, den Spektra Futura zu entwerfen. Ein Stereo-Steuergerät mit Boxen. Je nach Geschmack konnte man verschiedene Blenden wählen und damit sein Gerät individualisieren. Optisch und vom Design her finde ich das sehr ansprechend. Hier sehen wir das Gerät mal in echt. Ja, es sieht ziemlich cool aus. Und wenn man sowas haben will, muss man so um die 600 Euro schon mal hinblättern bei Ebay und Co. 1958 brachte Nordmende das erste Tonbandgerät mit drei Motoren auf dem Markt, wobei aber andere Hersteller wie Grundig und Telefunken den Markt eher dominierten. Nordmende mischte da eher mit und nahm sich wahrscheinlich Geräte von anderen und klebte da gerne seinen eigenen Namen drauf, so wie bei den Kassettengeräten hier. Da steckt doch mehr Philips dahinter. Auch Walkmans produzierte Nordmende am Ende. Aber das war dann ja nicht mehr Nordmende, sondern das waren die anderen und dazu später. Auch die Videorekorder, ja, da spielte Nordmende auch mit, aber eher in Lizenz wurden da Geräte übernommen. Das hier ist ein JVC-Gerät. Das habe ich mal in einem Video vorgestellt. Das verlinke ich euch mal. Ein weiteres Gerät, was ich super interessant finde, ist der Color Stereo Sonic 2436, auch Prinz Charles genannt wegen seiner großen Ohren. 80 Watt Boxen brachten einen guten Sound und das ist besonders wichtig am Strand. Mit der Übernahme von Karl und Hermann Mende 1969 wurde leider auch das Ende der Firma Nordmende eingeleitet. 1977 übernahm die französische Firma Thomson Brandt die Anteile der Firma und, ja, entwickelte sie mehr oder minder ab. Auch die Saba wurde von Thomson Brandt gekauft und verschiedene Fusionen und Umbenennungen folgten. Aber 1987 war dann leider wirklich Schluss und in Bremen wurde nichts mehr produziert. Und heute, 2011, die Marke gehört eigentlich noch der Firma Technicolor, dem Nachfolger von Thomson Brandt. Bedeutet das, dass Nordmende, dass da die Lichter ausgehen? Naja, ausgegangen sind die Lichter ja schon lange. Aber im April 2017 übernahm die deutsche Firma Technicat die Lizenz der Marke Nordmende und schmückt damit ihre Geräte, genauer TV-Geräte und DAB-Plus-Radios. Tja, was ist eure Meinung? Was sagt ihr? Gibt es die Firma Nordmende noch? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Auf jeden Fall gucken wir uns im nächsten Film mal an, was diese Transistor 130, was das Nordmende DAB-Plus-Radio von Technicat so alles bietet. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.